Schau! Schau! Warum hast du einen Zigarren im Mund? Weil ich Raucher bin. Das vergeht dir noch. Wer war das? Ich. Gefällt er Ihnen? Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Für die Bemerkung hau ich dir die Zähne raus. Aber Männer ohne Zähne gehören nicht an die Front. Da kommst du sowieso nicht hin. Ihr seid nämlich erst mal hier, um zu lernen, was ein richtiger Mann ist. Und das ist meine Aufgabe. Ich werde euch gleich mit meiner Methode bekannt machen. Ich verlange von euch, dass ihr lächelt. Und mir in jedem Fall antwortet, ich habe nichts gespürt, denn ich bin ein Soldat der 5. Kavallerie. So, nun wollen wir das mal probieren. Kann ich so lange in die Kantine? Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil ich Soldat der 5. Kavallerie bin. Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil mein Schlüsselbein aus Plastik ist. Das auch nicht? Nein, Sir. Warum nicht? Weil es nicht mein Fuß war, sondern ihm seiner. Aha! Kein Zahn im Maul auf einer Kirche oder Paloma pfeifen!